Servus Mütterland, hier ist der Matthias vom Ratskeller. Heute am 1. Mai, Biergartenöffnung, sensationelles Wetter, Steckerfisch, Holzfassbier und wir freuen uns, dass ihr alle da seid, wo vielleicht der eine oder andere noch kommt. Servus, wir sind mit der Fischerei in Schlese, wir wollen heute froh, dass wir dabei sind, wir freuen uns und auf jeden Reiter gibt es jetzt mit uns frisch gekriegten Steckerfisch in Biergarten. Oh, der schaut gut aus. Auf, den singt man. Ho, ruk, ho, ruk. actu, ja, 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 ja. Danke für das so ein Beckert. Vielen Dank, und dazu, wie ihr es schmeckt. Vielen Dank.